Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Heute geht's weiter mit BNB. Auch ein Wunsch, der sehr, sehr häufig in den Kommentaren war. Klar, wir haben jetzt mittlerweile eine Monopolstellung, kann man ja schon ganz ehrlich dazu sagen, von Binance mittlerweile. Und BNB hält sich auch den gesamten Bärenmarkt über relativ stabil. Wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Gibt's möglicherweise noch Nachkaufschancen. All das werden wir uns anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf Talk oder auf Signale. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit habe ich jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 314 US-Dollar. Wir sind in einem schönen Abtrend. Natürlich liegt das auch daran, der ganze Kryptomarkt ist momentan in Bullenstimmung. Viele reden von All-Time-High in der nächsten Zeit. Und da muss man sagen, BNB hält sich wirklich gut. In den kleineren Timeframes, klar, wir sind in einem übergekauften Bereich wieder angekommen. Wir haben eine Bearish Divergence vorliegen. Das sollte den Kurs jetzt erst einmal noch nicht stören. Denn, muss man auch dazu sagen, wir haben kurzfristig ein höheres Hochgebildet mit sogar 4 Stunden Close darüber. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Das heißt, wir haben die Struktur nach unten hin erst einmal durchbrochen. Jetzt blicken wir mal ganz kurz auf die größeren Timeframes, denn auf dem Daily-Timeframe. Und da sehen wir auch, wir sind auf dem Lock-Chart unterwegs, weil sich das einfach deutlich besser darstellen lässt. Wir schauen uns Auto-Chart an. Nie so schön. Lock-Chart deutlich schöner. Gut, da sehen wir von unserem All-Time-High nach unten hin. Den Downtrend wurde mehrmals einerseits getestet, einerseits auch mehrmals wieder durchbrochen nach oben hin. Das heißt, Downtrend ist erst einmal Geschichte. Unsere Buy-Orders waren ja einerseits hier in dieser Region um 250 US-Dollar. Der nächste Buy-Punkt wäre erst hier unten um 213 US-Dollar. Wurde leider nicht erreicht um, ich sage jetzt mal 5 bis 10 US-Dollar. Man kann nicht alles haben, trotzdem ein bisschen ärgerlich. Und jetzt ziehen wir mal unser FIP-Level von unserem High zu unserem Low. Und da sehen wir, okay, wir kommen jetzt langsam aber sicher in größere Widerstände rein. Denn hier oben bei 330 bis knapp 335 US-Dollar, dort liegt unser Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung. Und gleichzeitig seht ihr auch hier, wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz, das kommt jetzt auch noch dazu. Also auch hier kommt jetzt so langsam aber sicher so ein Point of No Return. Schafft es BNB, diesen Bereich hier wirklich zu durchbrechen? Also mit durchbrechen meine ich Daily Close, Bestätigung, Konsolidierung von mir aus in diesem Support. Und dann wäre der nächste Step die 400 US-Dollar-Marke. Warum 400 US-Dollar? Ihr könnt euch hier noch an diesen WIC erinnern. 9. November, was muss man dazu noch sagen? FTX und alles war natürlich da gang und gäbe. Pump and Dump, Binance übernimmt FTX dann doch wieder nicht. Dann Pump and Dump, dadurch auch dieses Liquidations-Candle. Und das wäre dann das nächste Ziel für Binance. Hier oben liegt eine Menge Short-Liquidität, das seht ihr auch unten an dieser Candle. Also da muss man auf jeden Fall darauf achten. Kurzfristig ist es trotzdem wichtig, das Golden Pocket hier im Auge zu behalten. Wir haben in diesem Golden Pocket noch eine 4-Stunden-Supply. Man sieht hier auch noch schön die WICs da drin. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall drüber kommen. Ansonsten, sollten wir da nicht drüber kommen, ist Korrektur angesagt. Und dann lohnt es sich auch wieder, FIP-Level dieses Mal von unserem Low zu unserem jetzigen High zumindest erst einmal zu ziehen. Dann würden wir hier unten bei 260 US-Dollar landen. Passt auch perfekt. Hier seht ihr diesen Impuls. Einerseits, da machen wir mal ganz kurz die Vector-Candles an. Und da seht ihr auch, okay, 4-Stunden-Chart, Vector-Candle, einerseits hier, einerseits hier. Das heißt, dieser Bereich um, ich sage jetzt mal, 265 bis ungefähr 255 US-Dollar, sollte früher oder später noch gefüllt werden. Darunter seht ihr auch schon die nächste Ineffizienz, beziehungsweise das nächste Void, auch in dem Bereich 247 bis 254. Das heißt für uns, hier unten sind die nächsten Buy-Zones. Und ich zeichne euch mal ganz kurz ein, also einerseits hier dieser Bereich, der andere Bereich wäre dann hier unten, wo möglicherweise nochmal neue Nachkauf-Levels drinnen wären momentan. Wir schauen uns das mal Trade-mäßig an, sollten wir jetzt hier unten, sage ich mal, diesen Trade eingehen mit 3% im Golden Pocket. Absolut machbar. Der nächste Bereich wäre dann erst hier unten. Also 3% ist ja immer so das Risk-Management, wo wir hier auf diesem Kanal, sage ich mal, eingehen. Darauf ist es aber jetzt noch ein bisschen zu früh, also da würde ich mich jetzt noch nicht drauf festlegen. Wir warten jetzt erstmal noch ein bisschen so ab. Wie ist überhaupt die Reaktion da oben? Könnten wir gegebenenfalls short gehen? Damit wäre ich vorsichtig. Warum? Klar, der Aerosize überhitzt, wir haben eine Bearish-Divergence, alles kein Problem. Trotzdem dieser FTX-Wig. Und wir haben es bei vielen, vielen Coins gesehen. Wir haben es bei Bitcoin gesehen, wir haben es bei Ethereum gesehen, wir haben es, glaube ich, wo haben wir es noch gesehen? Wir haben jetzt ein bisschen rübergelotzt. Ich glaube, Cardano war es, glaube ich, auch FTX-Wig, sobald wir durch das Golden Pocket gehen. Und die Struktur war fast überall gleich. Ich glaube, ich Golden Pocket, darüber war der FTX-Wig und diesen Wig hat sich der Markt einfach geholt. Und weil hier eben die ganze Short-Liquidität drin liegt, deswegen gehört es hier extrem aufgepasst mit Shorten. Für mich würde ich hier persönlich, nachdem wir hier so einen schönen Abtritt auch drin haben, der teilweise auch Volumen getrieben war, würde ich hier eher auf Long-Szenarien schielen. Und das heißt, hier unten der Bereich 270 bis ungefähr 240 hier unten, eventuell eine kleine Swing-Position, sollten wir hier runterkommen, auf jeden Fall nochmal aufmachen. Ansonsten, wie gesagt, auf dem Daily-Time-Frame sind wir momentan, oder haben wir noch ein bisschen Luft, klar. Wir haben auch hier so eine kleine Bearish-Divergence. Trotzdem, darauf würde ich mich momentan noch nicht verlassen. Wie gesagt, der Markt hat auf jeden Fall noch Luft, bis mindestens 330 US-Dollar hier hoch. Ansonsten wären die 400 US-Dollar, wo wir eben hier eine Daily-Supply-Zone hier oben drin haben, die sehen wir auch hier. Da ist der Order-Block drin, wir haben den FTX-Wig. Das wäre dann erst die nächste Short-Möglichkeit, meines Erachtens nach, wo man mit einigermaßen wenig, in Anführungszeichen, wenig Risiko reingehen könnte. Jetzt ziehen wir aber trotzdem nochmal so ganz kurz von unserem kompletten All-Time-High, also nicht ganz All-Time-High, von unserem letzten Hoch bis zu unserem, sag ich mal, Tief, den Wig. Und da sehen wir, okay, 500 US-Dollar, dort liegt das Golden Pocket und erst danach sind wir meines Erachtens nach in einem richtigen Bullrun wieder, wenn wir darüber kommen. Das ist so der Trendwende-Bereich, aber den werden wir jetzt vorerst sowieso noch nicht erreichen. Ziel, kurzfristig, um es nochmal zusammenzufassen, 330 US-Dollar, Reaktion abwarten, kommen wir hier einfach perfekt durch. Dann ist ein Run bis auf 400 US-Dollar möglich, ansonsten werden wir hier zurückgewiesen, Rücksetzer, 270, 250er Area, auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, war es das für das kleine B&B-Update, wenn ihr irgendwelche Wünsche noch habt, gerne wie immer unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ich mir irgendwelche Altcoins für euch angucken soll. Dann war es das von meiner Seite, Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns zum nächsten Video wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer.